Die Brandenburgische Genealogische Gesellschaft ist mit ihrem Alter von 17 Jahren noch ein recht junger genealogischer Verein. Das Forschungsgebiet umreist das historische Brandenburg als Kernprovinz Preußens. Dabei steht die Familienforschung und die Regionalgeschichte im Zentrum unseres Wirkens. Auf der Webseite www.bggroteadler.de können Sie sich umfassend zu unseren Angeboten, Neuigkeiten und Veranstaltungen informieren. Die verschiedenen Forschungsstellen und Forschungsgruppen präsentieren ihre Forschungsergebnisse, Hinweise und Hilfestellungen im jeweils eigenen Bereich. So zum Beispiel die Forschungsstelle Altmark und die Forschungsgruppen Juden in Brandenburg und die Schweizer Kolonisten. In jedem Fall erhalten Sie hier wertvolle Tipps und sachkundige Hilfe. Nutzen Sie unsere verschiedenen Datenbanken für Ihre Familienforschung. Nehmen Sie teil an Online-Veranstaltungen rund um Genealogie und Regionalgeschichte in Brandenburg. Oder veröffentlichen Sie Ihr eigenes geschichtsträchtiges Buch im BGG Verlag. Hier werden Monografien und Datensammlungen zu Themen der historischen Höchstwissenschaften sowie der Familien- oder Regionalgeschichte veröffentlicht. Fabulus Familiaris ist die Belletristik-Reihe. Hier finden Sie spannende Erzählungen und Anthologien mit familiengeschichtlichen Hintergrund. Auf dem BGG YouTube-Kanal können Sie sich Veranstaltungsmitschnitte, Buchpräsentationen und Lesungen bis hin zu Geschichtsreferaten ansehen. Lernen Sie uns näher kennen, ob auf nationalen oder internationalen Genealogiemessen, bei Exkursionen oder auf dem jährlich stattfindenden Genealogieseminar. Wir freuen uns auf interessante Begegnungen mit Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017